Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zum Thema Projektsteuerung mit Bridging for Motivation. Mein Name ist Dr. Martin Moss und ich beantworte hier die Frage, wie motiviere ich als Projektleiter alle Projektbeteiligten von Projektanfang bis zum erfolgreichen Projektende. Genau das ist es, wozu ich Projektsteuerung einsetze. Und die Frage zeigt es bereits, um was es im Detail geht. Einmal um Motivation und wie ich diese erreichen kann. Dann geht es darum, um wen, nämlich für alle Projektbeteiligten, also neben dem Projektsponsor und dem Projektteam auch für alle anderen Projektbeteiligten wie interne, externe Lieferanten, den Betriebsrat, andere Bereiche und so weiter. Und diese Motivation baue ich dann auf und halte diese von Projektanfang bis zum erfolgreichen Projektende auf einem hohen Niveau. Das ist für mich Projektsteuerung, mit der ich methodisch und gezielt sehr erfolgreich Projekte umsetze. Denn, und ich denke, da wird niemand was dagegen sagen können, wenn alle Projektbeteiligten für unser Projekt motiviert sind, dann kann es nur ein Erfolg werden. Und genau dazu finden Sie viel Informatives hier in meinem YouTube-Kanal und zwar Expertenvideos. Sortiert in Staffeln stelle ich Ihnen meine Vorgehensweise näher vor. In der ersten Staffel geht es zum Beispiel darum, wie ich als Projektleiter ein stabiles Fundament für mein Projekt aufbauen kann, aus dem sich alle Projektbeteiligten selbst motivieren können. Denn Motivation kann ich nicht mit einer Spritze und auch nicht mit einer Tablette verabreichen. Und Praxisbeispiele. Hier sehen Sie, wie ich und später auch Sie als zertifizierter Bridging from Motivation Projektleiter schnell und effektiv sehr heikle und kritische Situationen im Projekt methodisch in den Griff bekommen. Und jetzt seien Sie neugierig. Und eins noch. Natürlich freue ich mich über Ihre Rückmeldung. Also bitte Kommentare unter den Videos. Daumen hoch, wenn das Video gefallen hat. Und vergessen Sie nicht, meinen Kanal hier zu abonnieren, damit Sie immer direkt informiert werden, sobald ein neues Video verfügbar ist. Und jetzt nichts wie los, Ihr Dr. Martin Moss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.